Herzlich willkommen in Niederösterreich und herzlich willkommen auf der Slowakia-Tour. Ich darf Ihnen ein paar Geheimtipps für Niederösterreich empfehlen, zum Skifahren und Kurzausflüge nach Niederösterreich zu machen. Einerseits mit der Familie und mit den Kindern ist die Puchis-Welt in Puchberg am Schneeberg nur eineinhalb Stunden von Bratislava entfernt, wo auf einem Skiteppich die Kinder wunderbar Skifahren lernen können. Andererseits gibt es auch Geheimtipps wie zum Beispiel die Gemeindealpe oder Mönnichkirchen. Alles nur eineinhalb Stunden von Bratislava in Niederösterreich entfernt und mit ganz, ganz viel Schnee dieses Jahr. Tippy nájdete aj na webovej stránke Dolnä Rakusko, kde máte o odporučaniach kam izbiciklovať.